hallo meine lieben herzlich willkommen zu dieser wochenbotschaft vom 22 bis zum 28 vierten wollen wir doch mal schauen was uns in dieser woche so erwartet vom 22 bis zum 28 vierten liebes universum okay wir haben hier die venus ich würde tatsächlich gerne mal ich habe jetzt so einen impuls dass ich mehrere karten auf einmal legen möchte und dann werde ich die einmal gesamt deuten vom 22 bis zum 28 vierten wir haben hier die protection interessant zumindest erst einmal die orake karten befreitig von negativität das gibt es doch nicht vollmund im skorpion meine lieben wir werden in dieser woche den vollmund im skorpion haben wie krass also jetzt ist tatsächlich genau die karte hier gefallen die von dem vollmund im skorpion spricht also wichtiges event schau da mal in meine astrologie vorschau da habe ich darüber berichtet was das astrologisch gesehen für eine energie hat diese dieses event und ja das gibt es ja nicht das ist ja interessant also der ist wichtig der vollmund in dieser woche und wir haben hier noch drei weitere karten die lasse ich erst mal wobei schauen wir mal werden die biene wir haben die wild katze und wir haben die sexual magie okay interessant die lege ich mal hier so zur seite weil ich hier tatsächlich mehrere aspekte sehe die in dieser woche wichtig sein werden ich werde das gleich noch mal für euch komplett deuten also was ich hier wahrnehme ist dass es zum einen um das beziehungsthema geht also verbindungen beziehungen das wird ein ganz großes ding sein das wird sehr wichtig sein deine zwischenmenschlichen beziehungen die werden eine rolle spielen und ich habe das gefühl dass das hier so ein dass das irgendwie mit diesem vollmond dass das irgendwie mit dem vollmond hier zusammenhängt also erst einmal die skorpion energie spricht eben auch von sexualität wir haben hier die sexual magie die hier gefallen ist wir haben die wild katze die spricht von gefahr und die biene spricht von möglichkeiten ich habe das gefühl dass ich in dieser woche für dich möglichkeiten auftun werden zwischenmenschlicher natur dass du vielleicht ein bisschen hin und her gerissen bist du willst dich schützen wir haben hier die gefahr also irgendetwas könnte vielleicht ein bisschen gefährlich sein oder wo du dich fragst okay ist das jetzt was tatsächlich was mir hier direkt kam ist zwischenmenschlich gesehen jemand mit dem du wo vielleicht eine stark sexuelle anziehung besteht oder jemand den du sehr attraktiv findest und vielleicht besteht da die möglichkeit in irgendeiner form gemeinsam diese beziehung weiterzuführen auf welcher ebene auch immer oder du lernst hier jemanden kennen oder das ist jemand der schon in deinem leben ist das ist völlig wurscht das ist egal aber ich habe hier so das gefühl da ist vielleicht so eine verlockung die auf dich wartet und du fragst dich ob es sich lohnt ob es sinn macht dieser nachzugeben sei dir bewusst dass du die wahl hast mit der biene also es gibt nicht nur eine schöne blume sondern es gibt mehrere schöne blumen also nur weil du jetzt vielleicht eine schöne blume hier kennengelernt hast das ist vielleicht nicht die richtige blume für dich ja wenn du verstehst was ich meine das ist so ein bisschen das was ich hier wahrnehme dass das stark in so eine richtung gehen könnte also ich glaube dass hier tatsächlich vielleicht jemand eine sehr starke ausstrahlung auf dich hat oder vielleicht eine sehr vielleicht besteht damit jemand eine stark sexuelle anziehungskraft ja das wird hier für einige der fall sein oder eine möglichkeit sein es muss aber nicht nur auf dieser ebene sein es kann zum beispiel sein dass es hier generell um deine beziehungen geht und dass du dich da so ein bisschen schützen willst auch hier schaut mal die venus wir haben hier diese perle die da drin ist und die die muschel macht nicht für jeden die auf ja also vielleicht ist man dabei so wie eine perle sich zu schützen weil wenn die aufgeht die wird ja dann zerstört die ist ja sehr fragil die muskeln also da darf ja nichts reinkommen in die muschel weil sonst kann keine also ich habe es jetzt nicht im kopf wie wie genau das jetzt die entstehung von perlen ich habe das irgendwann mal gelesen naja ist ja wurscht aber auf jeden fall die muschel schützt ja diese perle und und behält sie da drin wie so ein schatz hier könnte es einflüsse geben die vielleicht negativer natur sind die vielleicht auch irgendwie gefährlich sind eine wildkatze sei still und schärfe deine sinne denn es lauert etwas nebenbei also achte so ein bisschen auf dich achte auf deine energie finde ich hier sehr interessant weil nämlich die sternzeichen legung die werden diese woche noch rauskommen hatte ich so eine ähnliche message wenn ich es jetzt nicht mit irgendwas vertausche aber ich meine es waren die sternzeichen ich habe jetzt nämlich einige videos vorbereitet deswegen habe ich das nicht mehr so ganz im sinn aber ich kann mich erinnern dass hier bei einigen diese beiden karten in kombination gefallen ist ich weiß nicht ob es bei den skorpionen war oder ob es bei der allgemeinen sternzeichen legung so war am anfang ist es ja mittlerweile alles in einem video da bin ich mir nicht so sicher aber irgendjemand hatte hier diese kombination skorpion passt ja auch ne vollmond im skorpion das könnte hier irgendwie etwas sein also ich habe tatsächlich das gefühl hier wartet vielleicht so eine verführung oder du hast vielleicht auch mehrere möglichkeiten da gibt es vielleicht personen die meinen das ernste die wollen vielleicht in einer hinsicht ja was verlässlich ist eine partnerschaft und dann gibt es wieder personen die hier vielleicht nur ihren spaß haben wollen dann gibt es hier vielleicht auch personen die freundschaftlicher natur irgendwie match das weil die biene spricht von möglichkeiten also du bist gerade in einem zustand wo du sozial gesehen mehrere möglichkeiten hast weil es geht hier um die beziehung die verbindung die venus ja du hast hier mehrere möglichkeiten und du sortierst so ein bisschen aus weil du willst dich auch schützen du guckst okay was könnte hier gefährlich werden für mich befreie dich von negativität auch personen die toxische muster haben dass du schon merkst ach nee gar kein bock drauf weg damit ab in die tonne damit sowas in diese richtung das nehme ich hier wahr weil hier geht es um deinen schutz du möchtest dich schützen und was mir auch am anfang kam als diese beiden karten gefallen sind achte auch ein bisschen auf deine ressourcen auf dein geld beschütze dein geld es könnte nämlich sein dass du in dieser woche so ein bisschen dazu verleitet wirst dinge zu kaufen die du nicht brauchst also achte ein bisschen auf deine ressourcen dass du hier nicht unnötig geld verschleuderst das kam mir hier sehr deutlich durch also das wird hier für einige sehr sehr wichtig sein befreie dich von negativität wird aber auch eine woche sein gerade unter diesem vollmond über den ich ja in der astrologie vorschau sehr ausführlich gesprochen habe von dieser energie wird es so ein bisschen darum gehen okay da können negative muster aufkommen die du dann bearbeiten kannst dinge die die man vielleicht verdrängt hat die aus dem untergrund kommen die versteckt worden sind die kommen hoch das negative das hässliche das was man sich nicht angeguckt hat damit man das ne das kommt ans licht damit man das bearbeiten kann es kann auch sein dass personen auftauchen die toxisch sind ja also bitte ein bisschen darauf achten dass du hier nicht unnötig deine energie verschwendest an irgendwelche personen die die dir ja die dir nichts positives bringen ja schauen wir mal was das thema ist für diese woche und dann gehen wir auch gleich schon ins tarot über was ist das thema in dieser woche und was ist das thema in dieser woche es könnte auch sehr gut sein dass es jetzt auch noch mal was was mir kam dass man vielleicht ein bisschen dazu verführt wird oder verleitet wird eine gewisse grenze mit anderen personen zu überschreiten auch da ein bisschen darauf achten dass keine beziehung zerstört wird achte auf die beziehung pflege die beziehung wie auch immer sie aussieht ob es eine freundschaft ist ob es eine partnerschaft ist ob es romantischer natur ist ob es eine geschäftspartnerschaft ist was auch immer achte darauf dass du vielleicht nicht unnötig eine grenze überschreitest wo dann die beziehung zerstört werden kann es könnte auch sehr plötzlich hier sein der blitz schlägt hier so ein bisschen ein also achte darauf dass du deine beziehungen schützt das thema in dieser woche das schiff und die fische ich sehe eine reise ich sehe einen fortschritt ich sehe dass du vorankommst auch finanziell gesehen sehe ich einen fortschritt es könnte auch sein dass du deine finanzen in eine reise investierst oder dass du viel geld auf ausgibst in bezug auf eine reise einen aufbruch irgendeine weiterentwicklung dass du da sehr viel rein investierst das nehme ich hier wahr also es könnte sehr gut sein dass vielleicht eine reise ansteht dass du eine planst was auch immer dass du vielleicht auch viel geld in fortschritt investierst auch das habe ich hier schon gesagt meine lieben achtet so ein bisschen auf euer geld also es wird darum gehen dass ihr die venus schützt in dieser woche sowohl finanzieller natur als auch beziehungstechnisch weil die venus steht für beides sie steht für unsere werte sie steht für das geld sie steht für den selbstwert und sie steht aber auch für unsere zwischenmenschlichen verbindungen und es geht so ein bisschen darum dass du diese schützt in dieser woche achte auf deine perle hier was auch immer deine perle hier ist ob das dein geldbeutel ist ob das dein selbstwert ist was auch immer ich sehe du bewegst dich nach vorne reisefortschritt und so weiter irgendwas neues gibt es zu entdecken und finanziell geldmäßig könnte das eben ein bisschen den geldbeutel ich wollte schon sagen auseinander nehmen das kann sein oder du bist vielleicht dazu verführt sehr viel geld auszugeben das ist eine möglichkeit also achte so ein bisschen darauf was ist es dir wert das heißt jetzt nicht dass du hier gar nichts ausgeben sollst oder nichts wagen sollst das bedeutet einfach nur dass du ein bisschen darauf achtest so es könnte auch sein dass du finanziell gesehen in etwas investierst was dich weiterbringt also irgendeine form von fortschritt irgendwelche gegenstände die hilfreich sind irgendwelche kurse die dich weiterbringen also was irgendwie deinen horizont auch erweitert so ich würde jetzt ganz gerne die tarot karten auslegen da würde ich jetzt auch gerne mal alle auslegen und die dann gesamt deuten wir haben hier die zehn der stäbe wir haben die mäßigkeit ja achte auf jeden fall auf das richtige maße wir haben die zweite kirche also beziehungen ne also spiegelt sich hier definitiv wieder so was haben wir hier noch wir haben die hohe priesterin okay das sind erstmal alle dann haben wir hier noch die kraft und die zweite stäbe ja das richtige maß ist entscheidend aber sowas von achte wirklich darauf es könnte so ein bisschen sein dass du eine grenze überschreitest unnötig überschreitest die du nicht überschreiten solltest du bist dazu verführt irgendetwas zu tun was vielleicht auch nicht dass mir hier gleich meine blume abfackelt da haben wir es wieder verbrenn dich nicht es könnte sehr gut sein dass du dich zu einem Verhalten hinreißen lässt wo du vielleicht eine gewisse Grenze überschreitest achte darauf dass du das nicht tust ich sehe du hast dich tatsächlich gut im Griff wenn du darauf achtest wir haben die zehn der stäbe hier es könnte sehr sehr gut sein dass deine Woche stressig anfängt oder dass hier sehr viel zu tun ist vielleicht passiert auch sehr viel auf einmal es könnte sein dass du dazu neigst dich zu überfordern in dieser Woche dass du gestresst bist dass du viel zu tun hast dass irgendwas super anstrengend ist gleichzeitig sehe ich aber auch dass du auf das richtige Maß achtest also dass du das ausgleichst dass du auch wieder Tätigkeiten einbaust in deiner Woche die dir gut tun die dich so ein bisschen wieder in deine Mitte bringen wo du dich entspannen kannst also du findest auch Zeit für Entspannung also in dieser Woche ist viel Arbeit zu sehen aber gleichzeitig auch Entspannung Heilung und das richtige Maß wir haben zwei Karten die von dem richtigen Maß sprechen die Mäßigkeit und die zwei der Stäbe da geht es bei beiden Karten darum in die Mitte zu kommen in die Neutralität zu kommen und schaut mal die Hohepriesterin ist auch da das ist auch nochmal eine Bestätigung die ist diejenige die abwartet die auf ihr Gefühl hört die richtigen Entscheidungen trifft aus der Ruhe heraus aus ihrer Mitte heraus achte sehr stark auf deine Intuition in dieser Woche sie wird dir schon sagen was richtig ist ich glaube tatsächlich dass du eher das Vernünftige machst in dieser Woche also du wirst nicht unvernünftig es könnte hier so eine Verlockung geben du könntest vielleicht auch spüren dass da irgendwie etwas ist aber ich sehe keine größere Gefahr die hier droht ich glaube eher dass du dir bewusst bist dass wenn du eine gewisse einen gewissen Schritt tust dass du damit nur dir und vielleicht sogar anderen schaden würdest und dass das keine gute Wende nehmen würde deswegen bleibst du auch bei dir du hast nämlich die Wahl machst du das so oder machst du es so und ich sehe du wirst die richtige Entscheidung treffen weil dir einfach die Mäßigkeit die Hohe Priesterin und die zwei der Stäbe liegen und das sieht für mich schon sehr vernünftig aus also da wirst du schon die richtige Entscheidung treffen da brauchst du dir keine Sorge zu machen finde ich toll ich bin stolz auf dich also du wirst dich richtig entscheiden wir haben hier die zwei der Kelche die von Verbindungen Beziehungen sprechen also hier sind harmonische Beziehungen hier sind Beziehungen auf Augenhöhe und ich sehe auch mit der Kraft dass du hier sehr viel Spaß und Freude haben wirst hier ist sehr viel Lebendigkeit in dieser Woche wird dich etwas erwarten was von Kraft ja du wirst dich sehr kraftvoll fühlen du wirst dich voller Energie fühlen du wirst Spaß haben du wirst lachen vielleicht gehst du auf eine Party vielleicht hast du hier ein ganz tolles Kennenlernen mit einer Person mit der du super viel Spaß hast auch da sehe ich du findest das richtige Maß also es ist jetzt nicht so dass du Spaß hast und dann wird irgendeine Grenze überschritten wie auch immer diese Grenze aussieht ja sondern man hat hier viel Freude und es ist ja auch so wie sagt man immer so schön man soll dann gehen wenn es am schönsten ist weil in der Regel danach wird es ja eher geht die Kurve wieder nach unten wenn man das nicht mehr toppen kann dann kann sich das Blatt auch schnell wenden und hier habe ich so ich spüre das hier so dass du hier Spaß hast vielleicht in Gesellschaft von mehrerer Leute du bist auf einer schönen Veranstaltung oder es ist irgendwie ausgelassen es ist toll aber dann weißt du auch wann Schluss ist ja das ist jetzt hier nicht so dass du dann irgendwie übertreibst oder was weiß ich nicht was nö sondern das sieht hier gut aus könnte so aussehen man sagt was Blödes wenn man eine Grenze überschreitet man macht irgendwas was man nicht hätte machen sollen man macht irgendein Verhalten was nicht gut für dich ist und was nicht gut für andere ist also es kann unterschiedlich aussehen du weißt hier wo die Grenze ist du weißt wann das Maß erreicht ist und dann ist auch gut also du strapazierst das hier nicht über und du reizt das auch nicht aus hier sondern du weißt okay entspannt wir bleiben hier mal in unserer Mitte das brauchen wir jetzt nicht und wenn hier irgendwas Negatives kommt dann ziehst du dich auch zurück dann weißt du auch ganz genau hey ist in Ordnung da halte ich mich jetzt raus das ist nicht meine Baustelle oder das will ich so nicht mehr das muss dadurch brechen wir da bist du schon völlig in deiner Mitte also generell sieht es hier finde ich sehr gut aus in dieser Woche muss ich sagen ich habe das Gefühl du wirst hier sehr viel Freude haben du wirst hier Spaß haben du wirst es dir gut gehen lassen du achtest auf dich du achtest auf deine Beziehungen die Beziehungen stehen auch hier im Fokus also ich kann mir auch sehr gut vorstellen dass du hier jemanden kennenlernst wo vielleicht auch viel gelacht wird wo man viel Spaß hat oder dass du dich mit einer Person triffst mit der du hier viel Spaß hast und wo man sehr viel lacht und ja eine gute Zeit zusammen hat du wirst sehr viele Möglichkeiten haben in dieser Woche die du nutzen kannst und du wirst auch die richtigen Entscheidungen treffen da wo du merkst okay das ist ein bisschen gefährlich das lassen wir mal sein Sexualmagie muss nicht für die Sexualität an sich stehen das kann auch fürs Loslassen stehen also dass man hier sozusagen ein bisschen hemmungsloser ist was zum Beispiel Freude angeht also mehr die Freude Lebendigkeit Lebenslust rauszulassen und das sehe ich auch in der Kraft hier also es wird eine schöne lebendige Woche wo du viel wo du viel erlebst und wo du auch gemeinsam mit anderen Zeit verbringst und es ist trotzdem sehr harmonisch und schön meine Lieben das war es auch schon das war die Wochenbotschaft ich sage vielen Dank fürs Zuschauen ich sage auch vielen Dank für die Unterstützung durch ein kostenloses Abo einen Daumen hoch einen lieben Kommentar und ich würde sagen bis zum nächsten Video